Ich habe Herold jetzt vor zwei Jahren das erste Mal eingesetzt, auf Empfehlung von einem Kollegen und habe mich auch vor einem Berater informiert und habe das erste Jahr ein bisschen vorsichtig herangetastet, war aber positiv überrascht. Ich habe im Frühjahr nichts mehr nachlegen gebraucht und das war mein Grundgedanke immer schon, wenn man im Herbst eine Behandlung macht und es funktioniert nicht, sondern kann ich im Frühjahr noch was nachlegen, kann ich immer noch was reinmachen. Wenn ich nur ein Frühjahr Bekämpfung habe, kann ich ihm zurzeit nicht mehr nachlegen, weil ich muss erst warten, wie das gewirkt hat. Und von dem her ist das schon ein Vorteil. Herold würde ich aus Überzeugung weiterempfehlen, weil ich weiß, man kann sich auf Herold verlassen.